Ich habe jetzt die Ehre, die Gruppe Wi-Fi Bike anzumoderieren. Das sind Sebastian, Omar, Mohamed und Luke. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich wohne in Berlin und wenn in Berlin mehr als vier Leute zusammenstehen, bricht das Handynetz ein. Dann hat man irgendwie Edge-Internet und man kann irgendwie einpacken. Gleichzeitig schießen immer mehr Bike-Sharing-Anbieter aus dem Boden. Und diese Idee hier verbindet sozusagen, du kannst da Abhilfe schaffen, verbindet diese beiden Elemente. Wi-Fi Bike, bitteschön. Hallo. Also unser Projekt heißt Wi-Fi Bike. Ja, also wir haben das Projekt ausgesucht oder genommen, weil, also zum Beispiel, ich komme aus einer anderen Stadt, das heißt Minden und in Minden gibt es keine Mietfahrräder und so. Und wenn einer zum Beispiel aus einer anderen Stadt kommt, nach Berlin oder einer großen Stadt und dann da ein Mietfahrrad findet, auch mit Gratis-WLAN, das ist ganz gut so und auch Technologie auch. Die Idee ist, dass jedes Fahrrad der Bestandteil eines WLAN-Mesh-Netzwerkes ist, das ein freies WLAN anbietet, das für jeden in der Umgebung dieser Fahrräder nutzbar ist. Das haben wir wie folgt umgesetzt. Hier seht ihr nämlich unser Fahrrad. Und dieses Fahrrad hat einerseits einen normalen Dynamo und andererseits diese wunderschönen Solarpaneele, die ihren Strom entweder beim Stehen die Solarpaneele oder während der Fahrt auch der Dynamo in die Powerbank einspeisen oder einen Akku. Diese Powerbank betreibt einen WLAN-Router oder einen Repeater, der mit der Spannung heruntergeregelt wird und das freie WLAN, das von den Stationen verteilt wird, entweder verstärkt, wiedergibt oder neu erstellt. Jetzt haben wir noch ein paar technische Informationen. Insgesamt aus den drei Solarmodulen kommen 6 Volt raus, also 2 Volt pro Modul. Aus dem Dynamo auch nochmal 6 Volt. Die Solarmodule haben die Maße von 1150 x 60 Millimetern und der Akku hat 10.000 mAh. Als Access Points, also als WLAN-Router, verwenden wir den TP-Link TL-MR3020 und die Firmware-Basis von dem Router ist OpenWRT beziehungsweise die Freifunk-Version davon. Danke, das war's. Vielen Dank, Sebastian, Omar, Mohamed und Luke. Kommt ruhig zu mir vor. Ich hab noch ein paar Fragen an euch, kommt ruhig zu mir vor. Nimm das Mikro mit, genau. Wer von euch hatte denn die Idee? Also ich war in der ersten Gruppe auch beim Brainstorming und hab dort die Idee mitentwickelt und bin dann einfach in der Gruppe geblieben. Wieso hattest du die Idee, wie kam dir die? Also ich lebe ja selber in Berlin und ich bin zum Beispiel, als ich auf dem Weg zum Hotel war, bin ich am Hauptbahnhof eben vorbeigekommen und da stand dann so eben so eine Station mit so Mietfahrrädern und da dachte ich, ja, da könnte man ja eigentlich was Sinnvolles draus machen. Zumal die Stadt Berlin eh schon lange überlegt hat, ein freies WLAN für alle einzuführen, aber das nie richtig funktioniert hat. Also willst du es selber in die Hand nehmen sozusagen? Ja, so kann man es sagen. Ja, wie habt ihr euch die Arbeit denn aufgeteilt? Wie ist das organisiert gewesen? Am besten, du kommst auch noch ein Stück hier, wenn du fotografiert werden möchtest, ins Licht, dann sieht man dich auch. Also unsere Mentoren haben das eigentlich ziemlich gut organisiert. Wir hatten mit so Post-its an der Wand immer so eine Übersicht, was wir für Aufgaben jetzt als nächstes machen, was wir gerade machen, was fertig ist und was noch geplant ist, aber nicht so wichtig ist. Gut, danke Berlin, das WLAN-Problem ist gelöst. Danke euch.